Hallo, in diesem Video zeige ich euch die Regeltipps, die ihr in der DERDIDAS App angezeigt bekommt. Wenn ihr einen Begriff korrekt oder falsch beantwortet, findet ihr oben neben dem Counter einen neuen Button, insofern eine Regel vorliegt. Dort findet ihr einen Regeltipp, der sich konkret auf diesen Begriff bezieht und könnt alle Regeln auf unserer Webseite abrufen. Der Regeln, die Regeln und die DAS Regeln. Hier oben könnt ihr auf die englische Version wechseln. Und über das Menü hinter der Glühbirne auch die Regelhilfe abrufen. Weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite derdidas-app.de Viel Spaß!